Die Sendung wurde live untertitelt. Oh, ja? Ja. Schön. Du warst im Eden vor kurzem mit einem Mann. Zimmer 212. Ich habe deine Nummer vom Kärtchen abgeschrieben. Ich arbeite da als Zimmermädchen. Ich lege mich zu den Leuten unter das Bett. Wenn ich sage, schlag mich, machst du das dann? Rufst du mich wieder an? Vielleicht. Kannst ja gucken. Nur weil man den Staub nicht sieht, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Weißt du, was das Schöne am Putzen ist? Dass es immer wieder dreckig wird. Ich habe die Nummer vom Kärtchen abgeschrieben. Ich habe die Nummer vom Kärtchen abgeschrieben. Vielen Dank.